Hallo, ich wünsche euch von ganzem Herzen einen wundervollen heiligen Abend und gesegnete Weihnachten und natürlich auch ein wundervolles, gesundes, frohes, neues Jahr, denn das Jahr geht auch zu Ende und ich hoffe, dass ihr immer wieder mit meinem Kanal viel Freude habt und immer mal wieder einen Blick hineinwerft. Ich danke euch und wundervolle Festtage. Bis zum nächsten Mal.